Chancenlos versetzt Maras ausweglose Not Als wäre es nicht schlimm genug, bei ihrem Date versetzt worden zu sein, drückt zusätzlich das große Geschäft. Mara muss so dringend zur Toilette, dass sie es nach der langen Zeit des Wartens kaum noch einhalten kann. Ein WC ist nicht in der Nähe, so bleibt ihr nichts anderes, als verzweifelt den Heimweg anzutreten. Doch weiter als bis zum Auto kommt sie nicht. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage